Всем привет на моем канале! Сегодня я возьму интервью моего хорошего очень друга, Eike. Das war Russisch. Das war Russisch. Он будет говорить по-немецки, я буду переводить ему мои вопросы и вам его ответы. Also, ich werde auf Russisch fragen, dir das übersetzen, und dann werde ich zurück übersetzen. Okay. И вот теперь первый вопрос. Erste Frage. Первый вопрос. Как ты думаешь... Ich weiß gar nicht, wo ich hinkochen soll. Куда мне смотреть, когда я задаю вопрос? Zu wer? Zu dir. Okay. Я ему говорю, поэтому я не могу смотреть. Как ты думаешь, изменилось ли для тебя что-то с тех пор, как я начал свой переход? Да. 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 Он говорит, что он начал играть в группе с девушками. И вдруг не все женщины оказались девушки. Und dann... И вдруг потом... Sollte... Privat, falls du dich erinnerst. Noch schon mal er sagen. Нужно было уже между нами, уже нужно было говорить он ко мне. Aber dienstlich auf arbeit, noch sie sagen. А на работе еще приходилось говорить она. Я должен добавить, что мы еще и работали. Работали раньше вместе. Nicht sehr einfach. Это непросто. Und dann sollte er sagen. А потом вдруг нужно было говорить он. А потом, когда мне не надо говорить с этого. У меня даже до сих пор проблемы с этим. Да. До сих пор иногда Айке говорит она. Да. А ты тоже будешь говорить с этой стороны. Да. У тебя есть моменты? Нет. Да, нет. Я думаю. Да нет, нет, вообще нет. Ага. И тогда тут все постоянно бывает. Er sagt, dass er so viel, wie sagen wir es sagen, dass er so sehr unterschiedlich ist in seinem Bereich, dass es schwer zu verändern, was er ist, was er ist. Also, insofern ist die Freundschaft gar nicht gewachsen. Was für unsere Freundschaft ist, nichts verändert hat. Wir haben uns mit einer Freundschaft entwickelt. Das ist so, was mir einfällt. Ich muss noch viel mehr nachdenken. Genau, ich versuche weiter. Das ist der erste Punkt. Der nächste Punkt ist, wie ich für ihn als Mensch, mein Charakter verändert habe. Ich habe mich verändert, also meine Persönlichkeit, seitdem ich Transitioniere. Nein, also die eigentlich nicht, würde ich sagen. Ich habe es gesagt, nicht. Vom Wesen her. Du bist noch der gleiche, der gleiche. Nein, die gleiche wäre jetzt richtig. So, aber als Wesen verändert man sich ja, entwickelt man sich ja weiter sowieso. Ein paar Jahre später. Ja, und man entwickelt sich sowieso als Wesen weiter. Und du hast dich also positiv weiterentwickelt. Du bist jetzt nicht ein anderer Mensch geworden. Sondern du hast einen Witz, deinen Charme und so weiter eher ausgebaut, finde ich. Du hast dich eher positiv entwickelt. Und dein Humor und dein Charme und so weiterentwickelt. Ja, weil du dich wohl fühlst, glaube ich. Weil du dich noch wohler als vorher. Ja, jetzt kannst du so sein, wie du willst. Also in die Richtung noch mehr gehen als vorher. Und auch die Gesellschaft. Und du bist ja von allen akzeptiert. Von all deinen Freunden, von der Gesellschaft, vom Arbeitgeber, von allen. Also wer hätte sie gedacht, keiner hat sich erkannt. Ja. Alles gut. Ja, ja, da brauchen wir also, glaube ich, keine Angst haben. Und du warst ja auch, zumindest auf Arbeit und so weiter, auch ein Vorreiter. Ja, da keiner gemacht vorher. Ja, ja, ja. Du bist schon mitgemacht. Ja, die Idee mitgemacht. Ja, die Idee. Nicht selber zweifeln, aber das weiß ich nicht. Nehmen Sie sich nicht, sie müssen einfach weitergehen. Und nicht Angst zu machen. Das sagt Ayke. Seht. Mehr Bart als bei mir. Mehr Bart als bei mir. Würdest du denn als schwuler Mann etwas sagen, was mich... Bin ich jetzt irgendwie anders aus der Perspektive? Also, als schwuler Mann guckst du doch eine Frau anders an, als ein Mann normalerweise. Auf jeden Fall, ja. Warte, Übersetzung. Als nächster вопрос, ich habe ihm gesagt, wie er, als gay, auf mich смотрит. Weil gay auf Frauen und Mädchen смотрят anders als auf Männern. Ja. Ja, als schwuler Mann, guckend auf einen anderen Mann, ist sie sowieso anders als auf eine Frau. Gay schaut anders als auf Männern. Wenn du hier deinen Sport machst, ja. Und wenn du diese kleinen Pärchen hier unterhalb des Bauchnabel zieht. Ja, das ist ein Team. Ja, das sieht schon sehr schön männlich aus. Das sieht schon sehr schön männlich aus. Und mehr Muskeln als ich. Und mehr Muskeln als ich. Ja, Spaghetti. Ja, Spaghetti. Ja, Spaghetti. Ja, Spaghetti. Es sind welche, Spaghetti. Aber... Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Nein. 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 Hör dich daran erinnern, jedenfalls bei neuen Stücken. Bei neuen Stücken? Ja, bei neuen Stücken. Naja, falls so eine Tendenz zur Erkennung ist. Lass du mal dieses Heavy-Metal-Stück hier spielen, das ist voll geil! Wenn ich, wenn ich, wenn ich super тяжелый Rock beginne, dann wird er mir sagen, dass du mir nicht bereit bist. Also, das ist nicht erkennbar, oder? Dass du japanische Trommler hörst, aber mit mongolischen Oberton, die sagen... Ja, plötzlich sagt er, ich liebe japanische Trommlerinnen, oder mongolische Oberton. Oder so, wie gesagt. Manche fangen ja an, Tomaten zu essen, oder plötzlich Rosmarin. Oh, ja, 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 da ist was passiert tatsächlich. Und er sagt, dass einige Promedoren anfangen, oder was anderes. Aber ich sage, dass ich jetzt Rucola... Nein, Rucola mache ich nicht, Fui, Fui. Sellerie und Rosmarin. Und Rosmarin, ja. Ich habe vorher gehasst. Ich habe jetzt angefangen, zu essen, und zu essen, Rosmarin und Silderäe. Ich habe es früher sehr lieb. Ja. Aber das habe ich nach der Gestarktomie. Das ist aber nach der Hüste passiert. Jetzt erst vor kurzem, aber... Ja, das ist krass. Ja, aber Sellerie ist logisch, weil Sellerie erträgt tatsächlich so einen Andros-Denon. Im kümlichen Körper. Also, es ist ein Hormon. Echt? Oh Gott. Ich versetze mal. Es gibt noch jemanden, der hier sitzt... Tfu, по-Russски. Ja. 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 Wenn ich Sellerie esse, dann habe ich mehr Hormone oder anders. Dann kann der Körper besser meine Hormone synthetisieren. Achso. Damit ich nichts kriege, ja? Nicht, dass du nachher anfängst Männer zu lieben. Oh oh. Oh oh. Ja. Glaubst du, dass man, wenn man Transition macht, plötzlich auf Männer stehen könnte? Also kennst du das vielleicht? Hast du da Erfahrung? Nein. Nein. Aber das wird... Jetzt. Moment. Ja. 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 Genau. Ein ganzes leibes Leben irgendwie mit Frauen, und dann plötzlich mit Männer. Ja. und dann mit ihm mit ihm und dann mit ihm und dann mit ihm. Das ist ja auch eine Umwandlung. Das passiert ja auch. Also so könnte auch jemand sein, der sich zu seinem Ziel schlecht hin bewegt, das ist auch noch eine schöne Veränderung. Lieb jemand, der geht zu seinen Zielen, zu переход von Frau und Frau, oder auf der anderen Seite und vielleicht auch in sich erkennt, dass ihm das andere Teil ist, als früher. Welcome! 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 Oh ja bitte, waren das die Fragen? Ich weiß nicht. Vielleicht fällt uns auch noch einer. Wie war das bei dir? Du standst immer schon auf Fragen. Was mich der Freundin fragt, ob es mir immer nur die Frauen gefällt. Ja, also ich glaube, ich denke, ursprünglich habe ich immer gedacht, ich muss Männer, die lieben und mögen. Deswegen habe ich es mit Männern als erstes probiert. Aber in meiner Kindheit stand ich tatsächlich auf Mädchen. Also ich glaube, ursprünglich und normal ist für mich mit Frauen sein zu wollen. Und das habe ich jetzt wiedergefunden, sozusagen. Also nicht mit der Transition, sondern eigentlich schon vorher. Aber das wäre ja klassisch für mich als schwuler Mann ja genauso. Ich hatte ja auch eine Phase, wo ich dachte, die Gesellschaft in Bayern erwartet das. Also vor 40 Jahren in Bayern erwartet das von mir. Ja? Das ist technisch? Ja? 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 Ja. Ich sage, wie auch ich, und ich will bemerken, dass ich gesagt habe, dass ich nicht immer noch war. Ich dachte, dass die Gesellschaft von mir ожидert, dass ich mit Männer sein muss. Und deswegen habe ich versucht, zuerst zu sein mit Männern. Und er sagt auch, dass das общество denkt, dass er von ihm sein muss, dass er mit einer Frau ist, dass er mit einer Frau ist. Und dann понял ich, dass er mit einer Frau ist. Und ich понял, dass ich meine Frauen und ich mit einer Frau ist. Ja, genau. Und ich habe noch gesagt, dass ich damals mit einer Frau gefühlt habe. Und ich denke, dass das mein normales Leben ist, liebe Frauen. Ja. Das war Film. Wahnsinn. Wenn dir noch etwas einfällt, was du meinem Publikum sagen könntest, wollen würdest... Ja, 10 vor 10 einschreiben. Vielleicht, willst du noch etwas sagen? Heike sagt, включайте, bis 10.10. Aber nicht hier. Man muss auf Instagram klicken, Never Heard of Sexy Snacks. Das ist unsere Gruppe. Bis 10.10. Wir versuchen jeden Tag zu spielen. Aber heute ist es ja Donnerstag. Heute gibt es Snacks, oder? Ja, das muss man die technische Sendeleitung fragen. Ja. 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 Das war schön. Mal gucken, was die Leute sagen und fragen. В общем, задавайте вопросы, пишите в комментариях, как вам понравилось это Interview. И, что бы вы хотели еще узнать, услышать, может быть, вопросы к Aike. Vielleicht haben sie Fragen um dich. Ok. Genau. Das ist die Kamera. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Und ab ja. Dann bei den nächsten Mal. Vielen Dank.